Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer Folge von WOTS. Es ist ein, naja, Spiel ist es nicht, ein, ja, was ich denke, was Google so einem vorschlägt. Und das gebe ich dann hier ein, zum Beispiel Fleisch schmeckt nach Wasser, gebe ich jetzt einfach mal ein. Und so, ja, werden wir das machen. Wir haben zwei Versuche. Und, äh, also drei Versuche. Ich habe jetzt schon einfach ballert. Und dadurch, äh, ja, ist es halt leider so. Ähm, und, äh, ja, es könnte vielleicht, äh, nach was schmecken. Äh, schmeckt süß. Gibt es auch nicht sauer. Ich gehe jetzt erstmal mit den Dingern. Ah, nice. Okay. Ich habe jetzt nur noch null Versuche, äh, weil ich habe jetzt drei verballert. Es gäbe Räuchern sauer auf Tauen komisch Metalluri. Fisch, Schwein, äh, ach, ach, war doch nicht. Oh. Gut. Ja. Sauer gab es dann doch nicht. Ähm, nächste Runde. Ähm, magst du, keine Ahnung, Digga. Magst du, ach, da gibt es so viel. Magst du mich, mich, oh, Platz 1. Ähm, magst du, äh, YouTube, keine Ahnung, YouTube, gibt es nicht, TikTok, das gibt es auf Platz 2. Magst du englisch, englisch, gibt es nicht. Magst du dich. Okay, Platz 10 gab es anscheinend nicht. Ähm, mich, magst du mich sprüchern? Magst du mich auf Englisch, magst du mich noch? Magst du Naruto, Magst du Alexa, Magst du Siri? Okay, ich habe 100, äh, 190 Punkte. Runde 3. Oder, oder, äh, oder ist geil, keine Ahnung. Oder, selber machen. Let's go. Selber machen. Gibt es nicht. Butter, was gibt es noch? Butter, chicken. Platz 5, Butter, ich gehe jetzt mal so nach den Rezepten, Plättchen, gibt es ja auch. Wie wird das geschrieben? Ich glaube so. Oh, das ist Platz 1, ähm. Zwei Versuche haben wir noch. Keine Ahnung. Butter, Preis, Butterpreis, gibt es nicht. Butter, kaufen. Gab es auch nicht, schade. Platz 10 gab es mal wieder nicht, keine Ahnung. Butter, Nut, Kürbis, Suppe, Kekse, Fleisch, Shaker, Düsseldorf, Wort. Chicken, Schmalz, Creme, Nut, Kürbis, Plättchen, okay. Weiter geht's. Ähm. Wann lebt die, Och, keine Ahnung. Wann. Die, gehen wir mal, die geschichtlichen Römer. Platz 3. Wikingern. Wikingern. Platz 2. Dinosaurier. Ja. Platz 1. Äh. Wann lebten die, vielleicht Menschen? Menschen. Gab es nicht. Äh, wann lebten die... Mammuts. Mammuts. Gibt's auch nicht schriftisch. Ähm. Höhlen. Mammuts. 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 Gibt's auch nicht schriftlich. Ähm. Wann lebten die Ingalls-Ägypten, Mayas, Gebrüder, Krim, Kelten, Neandertaler, Ersten Menschen, Römer, Wikingern. Hm. Naja. Gut. Schmeckt wie... Salz. Ne, warte, Wasser. Ich glaube, besser. Wasser. Gibt's nicht. What? Schmeckt... nach... Ne, schmeckt... Wie Spaghetti. Wird jetzt gleich Spaghetti geschrieben. Ne. Ich glaube, mit 2 Tee, weil... Spaghetti Eis. Spar-ge-t... Ne, jetzt hab ich's falsch geschrieben. Ach, Digga. Gett-ti... Eis. Platz 4. Hühnchen. Gab's auch nicht. Nein, weil ich's... Weil ich's falsch geschrieben hab. Kein Wunder. Ähm. Aber egal. Damit muss man halt leben. Okay. Weiter geht's. Was soll ich tun? Soll. Gibt's nicht. Äh, was soll ich machen? Was soll ich machen? Das gibt's. Okay. Ähm. Hm. Was soll ich... Kochen? Das Platz 1. Was soll ich... Arbeiten? Gibt's nicht. Studieren. Studieren. Das gibt's auch. Platz 2. Mir zu... Weihn... ... 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 passen. Ah, das gibt's auch. Ähm. Keine Ahnung. was soll ich damit gibt es nicht schade was soll ich werden was soll ich sagen bruder was soll ich tun wenn ich kontakt zu einem was soll ich tun wenn ich kontakt zu einer mit corona virus infizierten personen was soll ich heute essen zu weit generatoren was soll ich malen heute kochen wichtig beim wichtig beim kauf auskauf die besser scheiß ich habe es heute wichtig beim ersten geht wichtig beim beim Handykauf. Laptopkauf. Wichtig beim Tanzen. Ich habe mich wieder verschrieben. Egal. Wichtig beim Hausbau. Partnergrundstückkauf. Abnehmen. Autokauf. Okay. Wäre eh nicht dabei gewesen. Es sind übrigens 10 Runden. Also falls ihr so fragt. Verkaufe meinen. Verkaufe meinen. Verkaufe meinen. Haus. Gibt es nicht. What? Körpermann. Verkaufe sie selber. Mein Mann. Geht nochmal so. Verkaufe meinen. Einen. Einen. Buch. Meinen. Schaden. Verkaufe mein. Tier. Witzig. Schaden. Verkaufe Körperlyrics. Lol. Verkaufe Urlaub. Gebrauchte Wagen. Friseurtermin. Instagram Account. Katze. Weiß Katze. Und Mann. Häna. Lol. Ich war doch ganz so schlecht mit Haaren. So. Ähm. Weiter geht's. Mathe ist doof. Soll ich mit doof gehen oder scheiße? Oh. Mathe ist. Cool. Schön. Ich geh mal mit schön. Ich geh mal mit schön. Cool. Cool gibt's. Ähm. Lieblings. Fach. Ähm. Mathe ist ein Arsch. Mathe ist ein Arsch. Mathe ist ein Arsch. Scheiße. Mathe ist chillig. Keine Ahnung. Mathe ist. Keine Ahnung. Mathe ist. Keine Ahnung. Mathe ist. Schön. Entspannt. 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 Schade. Mathe ist ein Arsch. Für mich. Digga. Was gibt's denn da alles? Mathe ist einfach. Für mich wie? Boah. Mathe ist toll. Doof. Ich hätte doof nehmen sollen. Mathe ist chillig. Trumpf. Mein Liebling. Mathe ist ein. Toll. Ja. Gut. Letzte Runde. Ähm. Ich hab 1680 Punkte. was. Google Void. Was die sind. Google Void. Hä? Google Void. Ich glaub das ist. was das glaube ich ist. Es ist glaube ich ein Spiel irgendwie. Spiel. Spiel. Ich geb mal Spiel ein. Spielen. Mehrzahl. Gibt's Platz mal. Okay dann hab ich's. Ähm. Deutscher geh ich jetzt mal mit den. Ländern. Eng. Lich. Gibt's nicht. Geh mit der. Ah. Genau das wollte ich haben. Englisch. Auch. Fuck you. Das ist ja egal. Da gibt's dann nur. Online. Englisch. Alternative. Ernst. Genau. Ernst. Das wollte ich nehmen. Englisch. Hätte ich auch genommen. Ich hatte nur. Alternative. Und online nicht genommen. Naja gut. Das war's damit. Eine Runde. Worts. Ich bin nämlich fürs Zuschauen. Und zu sagen. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Tschau.